Es ist der 9. Februar 2013 und wir sind wieder im Missencamp zu Miss Germany 2013. Und auch dieses Jahr gibt es wieder eine Rubrik, Another Day in Paradise. Und ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal die Bilder sprechen. Ja, was wir hier gerade erleben, ist das sexy photoshoot mit Philippe. Er stellt jetzt gerade die Mädchen auf. Dort wird natürlich genau selektiert, wer wohin gehört. Ist das so für ein Feeling, ich meine, in sexy Wäsche durch ein Hotel zu laufen. Ist das komisch oder geht das? Ne, geht. Ist ja jetzt relativ bedeckt. Von daher geht es eigentlich. Alles in Ordnung, solange man sich wohlfühlt. Hitscht einen wie Bademode. Heute Nachmittag sexy photoshoot. Ungewohnt, komisch jetzt so. Ich meine, so im Hotel, so in... naja... Na ja, so wie Melanie schon gesagt hat. No sexy and we know it. Ist doch eigentlich dein Song, oder Lutz? Guck ihn dir an. Ja, das ist schön. Miss Berlin. Und, hier, den haben wir hier? Hier haben wir Miss Ostdeutschland. Jaaaa. Und hier? Hier haben wir Miss Hamburg. Hier haben wir Miss Schleswig-Holstein. Wie jetzt so. Welche? 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 Komm zu mir, Schatzleiber. Guck ihn jetzt. Wie. Wie bestimmt nichts. Wie bestimmt nichts. Diana Vandenburg, selbst Wäschemodel. Findest du jetzt auch noch mal ne Brust oder was? Ja klar. Logisch. Gib mir mal. Warum? Machst'n du da? Damit du weißt, wie das Gefühl ist, wenn man einfach da gefilmt wird. Ja und? Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Bücken. Rihanna hat immer so ein bisschen so. Was denn? Fable für alte Männer oder was? Da ist nichts. Hast du das gehört, Raph, was sie zu dir gesagt hat? Alles gut. Fable für alte Männer. Hat sie auch einen. Nein. Frechheit. Ich? Moment. Da hat sie hingezeigt. Nee, ich hab da hingezeigt. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Man muss nicht gleich machen. Ja, warte, ich will nur testen. Ja, nein. Nein. Es geht? Ja, es geht. Ja, sexy Fotoshooting-Ebener. Sieht gut aus. Ja, sexy Fotoshooting-Ebener. Sieht gut aus. Wenn ich ja sage, nicht blind sind. Alter, du bist in der Ohrpfle. Hast du viel im Fuss? Nein. Nein.